Musik Hallöchen Freunde, ja willkommen zur, äh, was ist denn? 17. Ausgabe der Channel News 2.0, heute Abend, 19. Oktober 2020. Ja, äh, ihr seht, ich hab mir heute mal einen Stuhl gegönnt, ich, äh, steh nicht hier, weil, äh, ich mein, ihr seht das Regal auch so und, ähm, ich hab das alles nur hier hingestellt und wir haben nur diese Kulisse, weil ich das Regal irgendwie im Hintergrund haben wollte oder sonst irgendwas, damit ich da draufstehen kann. So, jetzt haben wir's alles geschafft. Also, äh, was gibt's diese Woche alles zu erzählen? Denn, äh, vieles, vieles, erstmal natürlich der Wochenrückblick von letzter Woche, was ist letzte Woche alles passiert? Äh, letzte Woche Dienstag kam ein sehr spezielles Video auf dem Kanal und zwar nämlich hieß das Video 0202, ne, voilà. Und, äh, fragt ihr euch wahrscheinlich alle, was das bedeutet, äh, vielleicht habt ihr es auch schon selbst rausbekommen, das heißt einfach nur Halloween 2020, äh, rückwärts geschrieben. Das Ganze hab ich aber auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt und das war einfach nur, jetzt ganz kurz zur Aufklärung, wer am Freitag im Stream dabei war, der weiß es auch schon. Ähm, das war einfach nur, ich hab ja letzte Woche, das war glaube ich sogar auch am Dienstag, hab ich das Halloween-Special aufgenommen, auch schon fertig geschnitten und alles und dann hab ich diese eine Szene, die ihr gesehen habt, hab ich nicht in dem, in das Video, hab ich nicht da reingeschnitten, warum auch immer. Ich hab da eine andere Szene für verwendet anstatt das und deshalb hab ich euch das einfach gezeigt. Das war ja wie bei diesem alten Susanne-Video von Douglas, was er mal gesehen hat, wo der hier langgelaufen ist und hat gesagt, ja, Meiden, Meiden, so ähnlich könnt ihr euch das Video hier auch vorstellen. Dann, was ist noch passiert, eine Weltpremiere, ich hab das erste Mal Pokémon gespielt, ja, überhaupt irgendein Pokémon-Spiel außerhalb von Pokémon Go und das halt auch nur dreimal vor fünf Jahren oder wann das rauskam. Pokémon Let's Go Evoli, ja, ihr habt mich tausendmal gefragt, warum nicht Let's Go Pikachu? Warum? Hätte ich Let's Go Pikachu genommen, hättet ihr gefragt, warum nicht Let's Go Evoli? Haben wir am Freitag im Livestream gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja vorher noch nie großer Pokémon-Fan gewesen und werde es auch wahrscheinlich niemals sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie oft will ich noch sagen, ganz ehrlich sagen, ähm, als ich am Freitag Pokémon Let's Go Evoli, äh, gespielt hab, ich hab's, ich hab's mir vorher schlimmer vorgestellt. Ich hab's mir vorher wirklich schlimmer vorgestellt, man kann es sich, man kann es tatsächlich sogar spielen, ob das zum Anschauen, äh, noch, ob das da nicht langweilig ist, das weiß ich nicht, ähm, aber ich glaube, ich hab mir da ein Spiel ausgesucht, äh, was mich relativ viel interessiert, vor allem, das soll ja auch eines der schlechtesten Pokémon-Spiele überhaupt sein, das hab ich erst, kurz bevor ich den Stream gestartet hab, bemerkt. Ja, äh, aber auf jeden Fall haben wir da jede Menge Spaß gehabt mit unserem Rivalen, den wir Hund genannt haben, ich hab grad irgendwas im Auge, äh, ja, äh, mit den tollen Namen, die wir den ganzen Fischern gegeben haben und sonst noch was. Dann, gestern, war es endlich soweit, wir haben Donkey Kong Country für dieses Jahr endlich abgeschlossen, ja, Donkey Kong Country 1, 2, 3, sind fertig, Donkey Kong Country Tropical Freeze, ich hab's schon tausendmal gesagt, aber, ähm, ich sag's jetzt auch nochmal in den Channel News, Donkey Kong Country Tropical Freeze wird das erste Projekt 2021 sein, ja, das heißt, seid da gerne schon gespannt, ähm, falls euch das nicht interessiert, dann, dann, ja, dann weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall haben wir dann letztes Jahr was relativ ähnliches gehabt wie Donkey Kong Country, äh, als erstes Projekt, nämlich, jetzt, ich denk nochmal, Ukulele and the Impossible Layer, ist ja in Donkey Kong Country angelehnt, und nächstes Jahr dann einfach Donkey Kong Country Tropical Freeze, und 2022 Donkey Kong Country Returns, ne, ähm, auf jeden Fall, das, äh, zu Donkey Kong Country, wir haben das gestern abgeschlossen, Teil 3, und auch, es fiel mir sehr schwer, Minecraft Ultimate Staffel 2, ja, ich hab noch, in der hundertsten Folge, ja, also, sprich, am Ende von Staffel 1, hab ich noch gesagt, dass das, dass die, das Projekt nicht in Staffeln unterteilt wird, dass das alles eine einzige Staffel ist, mittlerweile, äh, ja, bin ich dann doch nochmal locker geworden und, locker geworden? Ihr wisst, was ich meine, und hab's dann doch in Staffeln eingeteilt, so, das heißt, ja, äh, übrigens, gestern hat mich noch der Kommentar erwischt, oder erreicht, wann denn endlich Staffel 3 kommt, oder wann denn halt Staffel 3 von Minecraft Ultimate kommt, kann ich sagen, ich weiß es nicht, das kann ein paar Tagen kommen, das kann ein paar Wochen kommen, in ein paar Monaten, oder auch gar nicht, genau, das war auch mein Kommentar als Antwort auf den Kommentar, ähm, wie gesagt, es kann sein, dass es schon Ende der Woche kommt, es kann sein, dass es irgendwann nächste Woche kommt, es kann sein, dass es in drei Wochen kommt, es kann sein, dass es erst in vier Monaten kommt, ich weiß es nicht, irgendwann werden wir mal Zeit haben, es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch weitergehen, so viel steht fest, dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch was, ja, ihr seht, wie es weitergeht, am Ende von Staffel 2, und ich finde tatsächlich, es ist, das beste Ende, eines, Projekts von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist der beste Abschluss eines Let's Plays, das ihr hier auf meinem Kanal gesehen habt, oder auch wahrscheinlich sehen werdet, so ein Finale werde ich nicht mehr hinbekommen, ich muss auch ganz gestehen, äh, natürlich, ich, äh, kläre das hier nochmal auf, natürlich hat das alles nicht mal gestimmt, mit diesem, ja, äh, man muss extra ein Wither bauen, und ich hoffe, das wird dann erkannt, und falls das nicht geschieht richtig, falls es nicht richtig funktioniert, explodiert die Welt, das stimmt natürlich nicht, ja, da habe ich euch natürlich ein bisschen angeflunkert, das Ganze war natürlich von mir inszeniert, das heißt, ich habe einfach überall, am Ende, ich habe ja gesagt, ich mache eine kleine Pause, in dieser Zeit habe ich einfach überall TNT hingesetzt, ja, das Haus voller TNT gepumpt, das habt ihr auch gesehen, ne, da war ja irgendwie TNT noch im Haus gewesen, und auch noch viel weiter weg, ähm, und auch, das, wo der Turm als erstes explodiert ist, ganz unten, da habe ich auch TNT, ähm, hingepflanzt, ja, das heißt, von dieser ganzen Geschichte, die ich euch fast 40 Folgen lang, seit Rudi gestorben ist, die ich euch da aufgetischt habe, das stimmt hinten und vorne nicht, ja, es stimmt niemals, wenn du irgendwie so einen Turm baust, und dann spawnen später deine toten Viecher wieder oben, nein, das ist alles Quatsch, das war natürlich alles von mir, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber ich glaube, das ist euch schon lange vorher aufgefallen, also, und gegen Ende bin ich dann natürlich erkrepiert, ne, äh, ertrunken bin ich, ja, und wie es dann, damit weitergeht, das seht ihr dann, ja, ich lasse mir was ganz Besonderes einfallen, beziehungsweise, das steht schon da vorne auf dem Zettel, lasst euch überraschen, Staffel 3 beginn, ja, und jetzt kommen wir gerade schon, äh, zu dem, was diese Woche passiert, und zwar ein neues Projekt, und gestern hatten wir den gefühlt besten Projektabschluss, den man sich nur wünschen kann, und heute kommt der grässlichste, der grässlichste Let's Play Start, den man je gesehen hat, meiner Meinung nach, ich finde, also erstmal, äh, das nächste Projekt, ja, das nächste Hauptprojekt, wird, äh, das letzte Nintendo Projekt sein, dieses Jahr, und zwar The Legend of Zelda Link to the Past, Montag bis Sonntag, 14 Uhr natürlich, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht mit dem Start zufrieden, erstmal habe ich ein komplett falsches ROM ausgewählt, wodurch die Grafik erstmal komplett schwammisch wirkt, das wird in der zweiten Folge hoffentlich besser, also, das Video ist überhaupt nicht scharf, ähm, dann gab es tausend Probleme, mein Controller gibt ganz den Geist auf, ähm, und sonst noch vieles mehr, ich war mal wieder viel zu dumm gewesen, Betrug hat mich auch wieder überrascht, seid gespannt auf die heutige Folge, äh, ne, habt ihr ja schon lange gesehen, ihr habt ja, oder vielleicht, habt ihr sie noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wann die Folge hier kommt, die Channel News Folge kann sein, dass sie noch vor, äh, 14 Uhr kommt, kann sein, dass sie erst um 16 Uhr kommt, ich weiß es nicht, ich hoffe einfach mal, sie kommt noch vorher, äh, weil dann, äh, könnt ihr gespannt sein, und dann das Zweitprojekt, ich hab's auch schon angekündigt, Outlast Whistleblower, ja, das DLC zu dem Outlast Hauptspiel, falls ihr das Hauptspiel nicht gesehen habt, oder nicht kennt, oder, das, oder euch nicht mehr dran erinnern könnt, ähm, keine Sorge, ihr müsst euch nicht noch mal das komplette Let's Play von mir anziehen, äh, reinziehen, anziehen, äh, ne, auch wenn es mich natürlich sehr freut, aber ich habe am Ende, äh, am Anfang der ersten Folge, hab ich noch mal einen kurzen Rückblick, ja, einen kurzen Rückblick von vier Minuten oder so, äh, hab ich euch noch mal reingepackt, damit ihr noch mal so ein bisschen verfolgen könnt, was in dem Hauptspiel alles passiert ist, ja, äh, da muss ich jetzt ganz kurz ablesen, äh, Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag, um 18 Uhr, lang wird uns das Projekt noch nicht begleiten, ich denke mal irgendwie so bis, Anfang nächster Woche, ich glaube, das sind nur so, so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Folgen, dann ist das Projekt vorbei, also, auf jeden Fall, ganz wichtig, diese Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag, ja, Mittwoch, Freitag und Sonntag ist eine Pause, was passiert da, da kommen natürlich andere Projekte, und zwar, ähm, Mittwoch, kommt die finale Challenge, die auch Final Challenge heißt, von Mario Kart 8 Betrug Challenge Time, ja, die finale Challenge, ähm, diese Challenge beinhaltet fast alle Challenges, die wir bisher schon hatten, und ich glaube kaum, dass wir da gewinnen, Mittwoch, 16 Uhr, seid gespannt, das große Finale, und vielleicht, wenn der Bockblend schnell ist, der Palken Bockblend, ihr kennt ihn alle aus der letzten Folge, ja, äh, oder auch aus dem Live-Stream-Chat, er hat ja gesagt, er möchte ein Ost-Bef von diesem Projekt machen, und wenn er schnell ist, können wir uns das vielleicht sogar schon Ende der Woche, beziehungsweise im Live-Stream sogar anschauen, äh, das heißt, falls mal irgendein Video aushält, und dafür dann dieses Reaction-Video kommt, wisst ihr genau warum. So, meine Nachbarn drehen wieder durch, sehr schön, die schreien irgendwie, ja, die, die rufen ja auch schon mitten in der Nacht, wo ist der Bock, also ich muss mich, glaube ich, gar nicht mehr. Gut, äh, dann, was ist mit den anderen Tagen, Freitag und Sonntag, ähm, Freitag um 17 Uhr, wie gesagt, Freitag, wenn ihr im Live-Stream kommt, immer schon die, das Zweitprojekt, das normalerweise um 18 Uhr kommt, kommt schon eine Stunde früher um 17 Uhr, deshalb nicht wundern, falls irgendwann freitags mal ein Video um 17 Uhr kommt, das ist immer wegen dem Live-Stream. Äh, auf jeden Fall, Freitag um 17 Uhr, dafür aber Sonntag wieder um 18 Uhr, der Thief-Simulator, den hab ich ja leider letzte Woche komplett vergessen, beziehungsweise ich hab ihn bewusst aussetzen lassen, weil ich, ich will irgendwie nicht mehr als drei Videos pro Tag machen, und das ist halt schon immer, das quält mich schon immer, dass ich montags, mittwochs und freitags schon drei Videos habe, aufgrund der Channel-News, Mare Kadach-Betrug und halt dem Live-Stream, das ist dann immer, ich will eigentlich maximal nur zwei Videos pro Tag haben, aber manchmal kann, manchmal zieht sich irgendein Projekt mehrere Wochen und dann endet das erst, ja, wir haben schon tausendmal gesehen, wie das endet, dann endet es erst mal fünf Monate später oder wird erst mal pausiert oder gleich abgebrochen. Gut, am Freitag dann natürlich wieder der Live-Stream 18.30, Pokémon Let's Go Evoli, wie soll's auch anders sein, ich bin wieder sehr auf eure Hilfe angewiesen. Kommentar der Woche, kommt dieses Mal von der Q, beziehungsweise von QLP, ich weiß gar nicht, ob die Q schon mal Kommentar der Woche war, ähm, bin ich mir grad nicht sicher, aber, um die Frage ein für allemal zu klären, die mich so häufig erreicht, wie alt bin ich denn wirklich? Bin ich 96? Bin ich 5? Bin ich 20? Ich bin genau eineinhalb Jahre, merkt euch das, eineinhalb Jahre, so muss das sein. Äh, ich hoffe, ich hab eure Frage beantwortet, nee, ich bin natürlich 16. Äh, ich hoffe, ich krieg jetzt in naher Zukunft nicht mehr diese Fragen, aber natürlich beantworte ich sie trotzdem immer. Und, äh, generell, falls ihr immer irgendwelche Fragen an mich habt, äh, stellt die immer gerne in die Kommentare, vielleicht kommt dann auch mal irgendwann ein Q&A, oder ich beantworte sie einfach irgendwie schon direkt in die Kommentare, oder sie kommt halt vielleicht, wenn es irgendwelche besonderen Fragen sind, äh, kommt sie halt hier in, äh, als Kommentar der Woche. Das hier hab ich jetzt einfach mal so genommen, weil die Frage mich so oft ergibt, erreicht, und ich hoffe, ich hab's jetzt mal ein für allemal geklebt, weil irgendwie, die Channel News schauen sich mehr Leute an, als, äh, zum Beispiel Donkey Kong Country, oder irgendwelche Let's Play Projekte. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich sitz hier einfach nur und laber euch voll, und sag, und, äh, sage euch Projekte vor, und, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, okay, kommen wir zu was Neuem, was ich, äh, letztes Jahr, letztes Mal hier einge... Warum sag ich immer, letztes Jahr, wenn ich letztes Mal meine, das ist mir so oft aufgefallen, dass ich immer, anstatt letztes Mal, jetzt letztes Jahr sage, äh, auf jeden Fall haben wir letztes Mal die Kanalempfehlung eingeführt, ja, letztes Mal, äh, war's ja der Bockblind, und heute, es viel, es fällt mir schwer, das auszusprechen, aber es ist tatsächlich A-Drecks. Äh, wer schon länger auf dem Kanal ist, der weiß, welche Geschichte mein Kanal mit diesem A-Drecks hat, das ist ja so ein bisschen mein Konkurrent, äh, wenn man das Konkurrent nennen kann, auf jeden Fall, jetzt, äh, ich hab schon ein Video gegen, im Video hab ich schon mal gegen den geschossen, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, der hat sich deutlich gebessert, und, ich glaub, er hat auch ein paar Abonnenten tatsächlich verloren, aber er hat sich in den letzten, speziell in den letzten Monaten oder Wochen, explizit verbessert, und deshalb hat's der einfach mal verdient, hier in den Kommentaren, äh, in den Kanal Empfehlungen hier dabei zu sein. Äh, was bietet dieser A-Drecks? Also, ähm, natürlich ist der Kanal erstmal wieder in der Videobeschreibung verlinkt, oder auch, wenn ihr auf meinen Kanal geht, ist er direkt hier rechts, ähm, bei dieser Kanalliste. Was seht ihr bei ihm? Ja, bei ihm seht ihr eigentlich die Spiele, die ihr bei mir niemals sehen werdet oder nicht seht, äh, zum Beispiel Among Us, Fortnite oder GTA 5 oder so ähnliche Spiele, halt, ne, Fall Guys kann's auch mal sein, oder halt, äh, sowas ähnliches, ja, also quasi einfach irgendwelche Spiele, die ihr bei mir niemals sehen werdet. Werdet glücklich. Schaut doch gerne mal vorbei, lasst mein Abo da. Das war's aber auch schon mal wieder von den Channel News von heute, vom 19. Oktober 2020. Der Strolltober ist bald schon wieder vorbei mit dem Halloween Special. Seid gespannt, rätselt gerne weiter, was die große Ankündigung sein wird. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, langsam wird's knapp, äh, denn ich muss unbedingt schnell was für diese Ankündigung tun. Ansonsten kommt das nämlich nicht, was angekündigt wird. Äh, auf jeden Fall. Das war der Strolli mit der, äh, mit den Brand New Project News. Ne, da steht Brand New Project News. Ich hab anstatt ein C bei Project hab ich ein K gemacht. Aber na gut, bis zum nächsten Mal bis dahin und rein und hauen sie ab. Tschüss. Privat. Reichtum.